Mit diesem Expertenangebot der Woche muss keiner bedröppelt aus der Wäsche schauen. Ganz im Gegenteil. Die AEG Lavamart 6469 ist eine super moderne, vielseitige und sichere Waschmaschine. Und das für unschlagbare 299 Euro. Und auch nach dem Kauf spart ihr noch bares Geld, denn die Maschine hat die höchste Energieeffizienzklasse A+++, spart damit Strom und schont die Umwelt. Besser geht's nicht. Bis zu 6 Kilo Wäsche passen in die Trommel. Auf dem LCD-Display wird euch die Restlaufzeit des gewählten Programms angezeigt. Dank der Zeitvorwahl könnt ihr den Programmstart auch stundenweise nach hinten verlegen. So könnt ihr euren Tag flexibel gestalten und müsst euch nicht nach der Wäsche richten. Und wer einen Nachtstromtarif hat, der kann mithilfe der Zeitvorwahl nochmal sparen und einfach nachts waschen lassen, wenn der Strom günstiger ist. Weil die Lavamart 6469 mit bis zu 1400 Umdrehungen pro Minute schleudert, ist die Wäsche hinterher kaum noch nass und trottnet schneller. Die Sensitiv-Option ist ideal für Leute mit empfindlicher Haut. Damit wird ein zusätzlicher Spülgang aktiviert, der alle Waschmittelrückstände beseitigt, auf die man eventuell allergisch reagieren könnte. Gleichzeitig sorgt die Sensitiv-Option für weniger Trommelbewegungen, was die Wäsche schont, also ein Wellnessprogramm für eure Lieblingsklamotten. Sicherheit wird bei dieser Maschine groß geschrieben, denn damit kleine Kinder oder Haustiere nicht unkontrolliert in die Maschine klettern können, gibt es in der Tür sogar eine Kindersicherung. Zum Einschalten dreht man den Knopf in der Tür nach rechts und schon kann die Tür nicht mehr zufallen. Und vor bösen Überraschungen schützt das Aqua-Control-System. Das verhindert, dass Wasser aus der Maschine auslaufen kann und schlägt im Zweifelsfall Alarm. Die AEG Lavamart 6469 ist als Expertenangebot der Woche für nur 299 Euro erhältlich. In allen Expert-Fachmärkten und online auf expert.de. Expert. Immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg oder unter esc-expert.de. Die Super-Sommer-Werbewochen beim Elsterwelle Fernsehen. 2 zu 1 heißt es im August. Zwei Wochen lang werben und nur eine bezahlen. Sind Sie jetzt neugierig geworden? Dann rufen Sie doch einfach an. 03571 425 40. Hoyerswerda 425 40. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Fernsehen. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassen-Card. www.sparkassen-einkaufswelt.de Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihrer Drehscheibe Lausitz im Elsterwelle Fernsehen. Die Sanierung der Freien Oberschule Bernsdorf steht kurz vor dem Abschluss. Im Oktober vergangenen Jahres waren die Arbeiten gestartet worden und das bei laufendem Betrieb. 1,2 Millionen Euro wurden in das historische Haupthaus und die Anbauten investiert. Meine Kollegin Janine Wendt war vor Ort. Was sich in den vergangenen Monaten verändert hat, zeigen schon die ersten Bilder. Die Baustelle hatte ihre Ecken und Kanten, aber das ist bei einem solchen Projekt ja normal. Der Denkmalschutz hatte ein Wörtchen mitzureden und man musste auch Rücksicht nehmen, denn der Schulbetrieb ging ja im jeweils anderen Schulteil regulär weiter. Presslufthammer hin oder her. Es war dann natürlich schwierig, weil man ja immer auf Teilbereiche beschränkt war. Es war der Baustellenlärm vorhanden, der war mitunter sehr extrem. Also im Grunde genommen, das Zusammenspiel hat gut geklappt und eigentlich Hochachtung vor Schülern, Eltern und Lehrern. Die beiden Anbauten aus den 20er- bzw. 70er-Jahren waren zuerst in Angriff genommen worden. Danach folgte der Umzug der Schüler, damit auch das historische Gebäude hergerichtet werden konnte. Und dort war, wie gesagt, der Denkmalschutz mit einigen Auflagen dabei. Zum einen natürlich die Fassade, dass die als solche historisch erhalten bleibt. Also sprich, es ist dann auch kein Wärmedämmverbundsystem an dem Gebäude angebracht worden. Es wird sozusagen der Putz überarbeitet. Das Gebäude erhält einen Anstrich, den wir dann gemeinsam mit Bauherren und eben der Landesbehörde vom Denkmalschutz abgestimmt haben. Was weniger schwierig war, waren die Fenster, weil die sind ja schon bei einer Baumaßnahme mal erneuert worden, haben sich an den historischen Gliederungen wieder orientiert. Ja, und nicht zuletzt war es das Dach, was im Grunde genommen seine Ziegeleindeckung behält, repariert wird, saniert wird. Und vielleicht ein kleiner Farbtupfer wird dann der Eingangsvorbau sein mit der historischen Tür, die als solche wirklich über 100 Jahre alt ist und durch den Restaurator aufgearbeitet wird. Das Treppenhaus ist wieder ein Hingucker. Die Granitstufen, die alten Geländer, aber auch die Türen zu den Klassenzimmern. Auch sie sind zum Teil erhalten worden. Das ist ganz einfach so. Da haben wir aber auch die Schule Wert drauf gelegt, dass die alten Elemente da, wo sie funktionieren, beibehalten wurden. Und man hat sich dann einfach zwischen neuen und alten Türen in der Farbe angepasst. Und ich denke, das ist eine harmonische Sache. Die bereits sanierten Anbauten konnten die Schüler und Eltern ja schon testen. Und die Reaktion? Ja, ich sag mal, was natürlich auffällt in den Klassenräumen, da wo im Zuge der Brandschutzmaßnahmen gleich noch das Element Akustik mit verbunden wurde, da merkt man natürlich, dass der Unterricht künftig viel, viel besser stattfinden kann. Und das wird das sein, was Lehrer und Schüler sofort merken werden, wenn der Unterricht durchgeführt wird. Ansonsten die frischen Farben, sie hatten es angesprochen, die machen natürlich Lust auf Schule, soweit es geht. Es gibt natürlich auch Tage, wo man vielleicht mal nicht in die Schule gehen will, aber das gehört vielleicht auch dazu. Und es ist natürlich der Sanitärbereich ertüchtigt worden, sodass das auch, ich sag mal, ganz andere Bedingungen sind als früher. Und was man vielleicht nicht vergessen darf, wir haben die Heizung erneuert und umgestellt. Also in dem Bereich wird man doch sehr erhebliche Einsparungen haben, was im Grunde genommen die Betreiberkosten zukünftig betrifft. Während die Lehrer der Oberschule schon fleißig beim Einräumen sind, wird es ab Montag erst wieder ernst für die Schüler. Allerdings, im Außenbereich wird es noch etwa drei Wochen dauern, bis auch hier die Gerüste verschwunden sind. Aber dann präsentiert sich mit Sicherheit ein kleines Schmuckstück in Bernsdorf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich begrüße Sie zurück, liebe Zuschauer, zu den Nachrichten des Tages hier in der Drehscheibe Lausitz. Sachsen ist bei Investitionen in die Infrastruktur bundesweit Spitzenreiter. Das geht aus einer Mitteilung des Institutes der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach fließen im Freistaat durchschnittlich 16,5 Prozent der Ausgaben von Land und Kommunen, unter anderem in Krankenhäuser, Kitas und Kreisstraßen. Als Grund für die hohe Investitionsquote nannten die Forscher, dass Sachsen weniger Geld für die Tilgung von Schulden und Pensionen ausgeben muss. Mehr Meldungen vom Tage sehen Sie jetzt. Besuch aus dem Wissenschaftsministerium hatte am Mittwoch die Konrad-Suser-Akademie in Hoyerswerda. Staatssekretär Uwe Gaul informierte sich vor Ort über die aktuellen Studien- und Weiterbildungsangebote der Einrichtung. Geschäftsführer Alf Wallner zeigte zudem die aktuellen Umbauarbeiten im Haus. Nach dem Einbau eines Fahrstuhls sowie behindertengerechten Toiletten ist nun die Einrichtung weiterer Seminarräume im Obergeschoss des Hauses am Laufen. Das Engagement der privaten Bildungseinrichtung beeindruckte den Staatssekretär und er wünschte zum Start der Fernstudiengänge im Oktober viel Erfolg. Einen tödlichen Unfall gab es am Mittwochvormittag auf der B96 zwischen Hoyerswerda und Naht. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein 83-Jähriger mit seinem Pfort von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Rentner wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Einen weiteren Unfall auf der B96 gab es am Dienstag. In Großjärchen wollte ein 45-Jähriger auf die Bundesstraße einbiegen und hatte dabei offenbar ein VW übersehen. Beim Zusammenstoß wurde die 52-Jährige Fahrerin des Polo leicht und ihr 49-Jähriger Beifahrer schwer verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Einen Einbruch meldet die Polizei in Hoyerswerda. Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Bachstraße eingedrungen. Die Täter stahlen drei Geldkassetten aus den Spielautomaten und diverse Spirituosen aus einem Lagerraum. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am 4. September findet im Wittichnauer Ortsteil Hoske zum zweiten Mal der Blackbird Run statt. Er führt die Sportler auf insgesamt 12 Kilometer quer durch unwegsames Gelände. Zweimal müssen sich die Teilnehmer durch einen vorbereiteten Parcours mit Wasser, Schlamm und 15 Hindernissen kämpfen. Der Run ist sowohl von erfahrenen Hindernisläufern als auch Hobbyläufern zu meistern. Es geht vor allem darum Spaß zu haben, so Veranstalter Thomas Jentsch. 200 Teilnehmer können an den Start gehen. Anmeldeschluss ist der 21. August. Mehr Informationen gibt es unter www.horske.net Am 30. August müssen alle ABC-Schützen in Hoyerswerda für das Schuljahr 2017-2018 in den Grundschulen der Stadt angemeldet werden. Erfasst werden Kinder, die im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2010 und dem 30. Juni 2011 geboren wurden. Ebenso muss die nochmalige Anmeldung der im Vorjahr zurückgestellten Stöpkes erfolgen. Mädchen und Jungen, die bis zum 30. September 2016 das sechste Lebensjahr verendet haben, können zusätzlich von ihren Eltern zum Schulbesuch angemeldet werden. Die Büros in den Schulen sind von 9 bis 12, sowie von 14 bis 17 Uhr besetzt. Im Hoyerswerda Bürgeramt sind auch im Juli wieder zahlreiche Fundsachen abgegeben worden. Darunter sieben Fahrräder, mehrere Brillen, sowie diverse Schlüssel. Auch ein Rasenmäher der Marke Wolfgarten, eine Nintendo-Spülkonsole, sowie ein weißes Microsoft-Handy warten auf ihre Besitzer. Nachfragen zu den Stücken sind telefonisch unter 45 63 63 möglich. Am 12. Oktober beginnt in Kamenz ein Kurs für Hospizhelfer. Die Teilnehmer werden bis November in einem Grundkurs und dann noch einmal in einem Vertiefungskurs im März in die Arbeit mit sterbenden und schwerkranken Menschen eingeführt. Anmeldungen sind bei der Caritas in Kamenz telefonisch unter 03578 37 43 12 möglich. Sachsen ist bei Investitionen in die Infrastruktur bundesweit Spitzenreiter. Das geht aus einer Mitteilung des Institutes der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach fließen im Freistaat durchschnittlich 16,5 Prozent der Ausgaben von Land und Kommunen, unter anderem in Krankenhäuser, Kitas und Kreisstraßen. Als Grund für die hohe Investitionsquote nannten die Forscher, dass Sachsen weniger Geld für die Tilgung von Schulden und Pension ausgeben muss. Die aktuellen Sperrungen, Behinderungen und Staugefahren hier bei uns in der Region, die gibt es gleich im Überblick, liebe Zuschauer. Nichts los hier? Und doch! Wer möchte mitmachen? In lockeren Interviews bieten wir den Akteuren vor Ort eine Plattform, um sich vorzustellen. Egal ob Krabbelgruppe, Jugendclub, Häkel- oder Töpferkurs oder die Männerrunde. Jeder hat hier die Chance dabei zu sein. Ausnahmen gelten für kommerzielle Angebote. Interessiert? Einfach eine E-Mail mit kurzer Beschreibung, Ansprechpartner und einer Telefonnummer an info-at-elsterwelle.de Auf der A4 Dresden-Görlitz sind zwischen den Abfahrten Uist und Bautzen-Ost die Fahrspuren noch bis Mitte August eingeengt. Staugefahr besteht auf der A4 übrigens in Höhe Grenzübergang Ludwigsdorf. Hier sind noch Grenzkontrollen auf polnischer Seite bis Ende des Monats angekündigt. Wartezeiten sind auch weiterhin in Ottendorf-Ukriller zu erwarten. Hier ist die B97 zwischen der Kreuzung Radeberger-Radeburger Straße bis zur Grünberger Bahnhofsstraße komplett gesperrt. Eine Umleitung führt durch das Gewerbegebiet. Auf der B97 zwischen Hoyerswerda und Schwarze Pumpe ist ebenfalls eine Baustelle am Abzweig Spreetal eingerichtet. Zwischen der Zufahrt-Werkstraße und der Spreetaler Straße ist die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Bis Mitte August bleibt auch die B97 in Hoyerswerda in Richtung Bernsdorf im Bereich zwischen der Straßenmeisterei und der ehemaligen Bahnstrecke halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. LKWs werden großräumig über Schwarzkolm umgeleitet. Die B96, also Görlitzer Brücke in Hoyerswerda, ist ebenfalls weiterhin komplett gesperrt. Umgeleitet wird in beide Richtungen über die Kühlzweinhardt- und Stauffenbergstraße. Fußgänger und Radler können den Bereich über eine Behelfsbrücke passieren. In Sedlitz ist die B169 wegen Ausbauarbeiten halbseitig gesperrt. Umgeleitet wird über die B96 Großreischen Freienhofen und die L55. Komplett dicht ist die Ortsdurchfahrt in Bluno zwischen der Partwitzer Straße und dem Ortsausgang in Richtung Partwitz. Eine Umleitung ist über die B97 Hoyerswerda und die S234 ausgeschildert. Ortskundige Fahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu meiden. In Burgneudorf ist die S130 innerorts zwischen dem Abzweig nach Neustadt und dem zur B97 gesperrt. Kanal- und Straßenbauarbeiten stehen hier noch bis Mitte September auf dem Programm. Die S95 ist auf dem Abschnitt zwischen Steiner und Gerstorf dicht. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Im Haselbacher Ortsteil Reichenau ist die Königsbrücker Straße wegen Kanalarbeiten komplett gesperrt. Umgeleitet wird über die S95 und die S100. In Brauner wird die Brücke über das Schwoßdorfer Wasser erneuert. Der Verkehr wird über eine Behelfsstraße mit Ampelregelung geführt. In Kamenz ist die Goethe-Straße zwischen der Weinbergstraße und der Karl-Marx-Straße vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Senftenberg wird die Karlauer Straße in zwei Bauabschnitten zwischen der Einmündung Sprenberger Straße bis zur Grenzstraße erneuert. Eine Umleitung ist hier ebenfalls ausgeschildert. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Lieskau und der B156 ist ebenfalls abschnittsweise komplett gesperrt. Auch hier wird der Asphalt erneuert. Das Bauende ist für den 2. September geplant. Die Ortsdurchfahrt Sprenberg ist im 2. Bauabschnitt. Die Einmündung Fröbelstraße in die Karl-Marx-Straße ist dicht. Die innerstädtische Umleitung bleibt wie bisher. LKWs müssen den Baubereich großräumig umfahren. Die Stadtverwaltung will kontrollieren. Und zwei Hinweise für die kommende Woche. Zum Schluss. Ab Montag wird die S93 bei Grün Gräbchen erneuert. In Richtung Großgrabe wird in zwei Abschnitten unter Vollsperrung gebaut. Die Umleitung wird über die B97 und Schweppnitz geführt. Und in Maukendorf ist die B96 am Abzweig Knappenrode ebenfalls ab Montag halbseitig gesperrt. Hier regelt eine Ampel den Verkehr. Stop and Go. Die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Das Bergwerk erzählt mir sehr viel über die Erdgeschichte. Quasi als großes Gemälde an der Wand. Und das ist das, was mich reizt, was mich auch an der Bäckerei reizt. Dass man eben zu den Ursprüngen zurückgehen kann. Der Faktor Zeit ist sowohl in der Geologie als auch in der Bäckerei der ausschlaggebende Punkt. Ohne Zeit passiert in der Geologie überhaupt nichts. In der Bäckerei geht es in dem Sinne schneller, aber doch wieder sehr langsam, weil man Teigen sehr viel Zeit gibt, um das optimale Brot herauszubekommen. Ja, eigentlich bin ich Geologe und bin ins Erzgebirge gegangen, in den Marmorbergbau. Hab dort fast fünf Jahre als Leitender Geologe gearbeitet, in drei Bergwerken. Ich hab damals mit meiner Diplomarbeit zu tun gehabt. Hab quasi nur am Rechner gesessen und brauchte dann irgendwas zum Abschalten. Hab's ausprobiert und bin dran hängen geblieben. Weil man einfach das Ergebnis sieht, es verstaugt nicht, man braucht es nicht ins Regal stellen, man kann es aufessen. In der Geologie können Gesteine aufreißen, Magma kann Krusten auseinanderziehen, auseinanderspalten. Und genauso in der Bäckerei, wenn ein Brot richtig rustikal aussehen soll, dann wirken da ähnliche Kräfte. Und das ist für mich als Geologe auch immer ganz spannend, diese Brotstrukturen runterzubrechen auf geologische Phänomene, um das zum Beispiel Kindern zu erklären. Ja, mein Blog war eigentlich eine Rezeptsammlung für mich selbst und vielleicht für ein paar Freunde. Und je mehr Leser das nachgebacken haben, umso mehr Feedback gab's, umso mehr war ich wieder angespannt, bestimmte neue Sachen auszuprobieren. Und diese Detektivarbeit am Brot hab ich auch als Geologie gemacht und mach ich auch immer noch. Also ich kann immer zusammen kombinieren, wie die Landschaft oder das Brot entstanden ist. Am 1. August 1935, also vor 80 Jahren, ist mit den Bauarbeiten zur Errichtung einer Chemiefabrik in Schwarzheide begonnen worden. Bereits ein Jahr später wurde in der Braunkohlebenzin-Aktiengesellschaft, kurz Brabak, aus einheimischer Braunkohlekraftstoff produziert. Im Juni 1944 ist das Werk bei Flugzeugangriffen zu 75 Prozent zerstört worden. Nach dem Potsdamer Abkommen wurde die Brabak-Schwarzheide 1946 in eine sowjetische Aktiengesellschaft umgewandelt und erzeugte chemische Produkte als Reparationsleistungen an Polen und die Sowjetunion. Am 1. Januar 1954 wurde das SAG-Werk an die junge DDR übergeben und als VEB-Synthesewerk Schwarzheide Walter Ulbricht weiterbetrieben. Nach der Wiedervereinigung übernahm die BASF 1990 das Unternehmen von der Treuhandanstalt. Das Elsterwelle Kalenderblatt Der Nachbarschaftshilfeverein lädt am Donnerstag unter anderem zur Seniorengymnastik ab 9 Uhr im Grünen Hain ein. Zum Kaffeeklatsch geht's dann ab 14.30 Uhr in die Begegnungsstätte Stelldich ein, in der Edsternstraße in Lauter. In das Elementarium des Museums der Westlausitz in Kamenz sind am Donnerstag kleine Naturforscher eingeladen. Unter dem Motto einfach raus in die Natur gibt es ab 14 Uhr eine Menge im Wald, auf der Wiese und im Wasser zu entdecken. Mit dem Team vom NATS im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Heuerswerda können Mädchen und Jungen am Donnerstag unter anderem ab 14 Uhr in der Holzwerkstatt eine Kiste oder ein Windrad bauen. Blutspenden kann man am Donnerstag in Kamenz zum Adelaas wird von 14 bis 19 Uhr in die HEC-Fachschule in der Königsbrücker Straße aufgerufen. Die Verkehrsmacht Heuerswerda bietet am Donnerstag auf ihrem Vereinsareal in der Niederkirchener Straße das Kodieren von Fahrrädern an. Der Service kann hier von 14 bis 17 Uhr genutzt werden. Im Cinemotion Heuerswerda laufen ab Donnerstag in der neuen Programmwoche unter anderem die Filme Ghostbusters, Die Legende von Tarzan und die Komödie Pietz. Der nächste Mädchentreff steht am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr im Jugendhaus Lauter am Lessingplatz im Programm und zum Backrippchen-Essen wird wieder am Donnerstagabend ab 18 Uhr in die Musikantenschenke zur Eisenbahn in Kamenz Wieser geladen. Tischreservierungen sind unter der Rufnummer 03578 300 451 möglich. In der Nacht zum Donnerstag wolke ich mit Auflockerungen und gebietsweise Schauer im Verlauf nachlassen, Tieftwerte 17 bis 5 Grad. Am Donnerstag längere Zeit heiter und sommerlich warm bei maximal 23 bis 28 Grad. In der Nacht zum Freitag teils gewittrige Regenfälle, tagsüber dann langsam ostwärts abziehend. Von Westen her Wetterberuhigung und Abkühlung. Am Samstag noch leicht wechselhaft mit lokalen Schauern, am Sonntag oft freundlich mit längeren sonnigen Phasen bei erneutem Temperaturanstieg. Das war die Drehscheibe Lausitz mit den Meldungen vom Tage, liebe Zuschauer. Morgen schauen wir unter anderem an die Görlitzer Brücke in Hoyerswerda. Hier starten die Betonierungsarbeiten. Bis dahin alles Gute und Tschüss.